Wonach suchten die Europäer? Im 14. Jahrhundert wurden Handelsrouten über Land zwischen Europa und Asien unterbrochen. Das riesige Mongolische Reich, das diese Handelsrouten unterstützt und verteidigt hatte, begann unterzugehen. Das Mongolische Reich verlor an Machtzugunsten des Osmanischen Reiches im Nahen Osten und der Ming-Dynastie in China. Deswegen wurden die Routen für Angriffe anfälliger und immer gefährlicher zu bereisen. Diese Unterbrechung des Handels mit Asien trieb den Preis von Seide und Gewürzen aus Asien in Europa hoch. Die Preise stiegen wegen Angebot und Nachfrage an. Obwohl das Angebot von diesen Gütern aus Asien abnahm, blieb die europäische Nachfrage nach diesen Gütern relativ hoch. Manche Leute in Europa erkannten dies als eine Gelegenheit. Wenn sie die Versorgung von Handelsgütern aus Asien sichern könnten, würden sie ein Vermögen verdienen.